Die Ausstellung ist ein internationales Kooperationsprojekt. Die Ausstellung ist ein internationales Kooperationsprojekt mit Künstlerinnen aus München und Riga. Zehn Künstlerinnen zeigen zudem Anlass ihre künstlerischen Positionen. Bereits Mitte der 80er Jahre fragten die bekannte Künstlerinnengruppe Guerilla Girls, In der Reaktion auf eine Studie, die aufzeigte, dass weniger als 5% der Künstler aus der Moderne Frauen sind, dafür aber 85% der Akte Frauen darstellen. Die feministischen Bewegungen jener Jahre haben einiges dazu beigetragen, dem Thema mehr Sichtbarkeit zu verleihen. Und dennoch gibt es nach wie vor ein Missverhältnis in der Repräsentation von Frauen, in der Diversität an Ethnien und der Verteilung von Macht innerhalb der Kunstwelt. Künstlerischer Erfolg hängt von einem guten Netzwerk ab, das letztendlich über Sichtbarkeit und sogar über Qualität entscheidet, sozial im Hintergrund maßgeblich mitbestimmt. Mir zählt jetzt ein Versuch, über Machtstrukturen und Netzwerke nachzudenken und die Natur als Vorbild für ein ökonomisches Konzept der ausbalancierten Macht zu nehmen. Wir sehen ein gesundes Netzwerk in einer Gesellschaft aus, die Wettbewerb über Solidarität stellt. Was bedingt künstlerischen Erfolg? Was benötigt ein gesundes künstlerisches Ökosystem? Welche intersektionalen Strukturen brauchen wir, damit Macht ausbalanciert werden kann? Wie sieht eine Neudefinierung von Erfolg nach Covid-19 aus? Welche Strukturen, welche Solidarität, welche Hilfsmaßnahmen benötigt die Kunstwerk, um aus dieser Krise wieder herauszukommen? Das Pilzenmizel dient als Denkmodell und beschreibt fadenförmige Zellen eines Pilzes. Sie wachsen nicht sichtbar im Nährboden, verbinden sich unterirdisch über Quadratkilometer zu einem riesigen biologischen Masse. In diesem Netzwerk sorgen Mizelien auch für außenstehende Organismen, für ein gesundes Ökosystem. Die Ausstellung Mizelias ist ein gemeinschaftliches Nachdenken über aktuelle Fragen zu künstlerischem Erfolg und teilt die Ausstellung in drei Bereiche. Ökosystem, Vernetzung und Entgiftung. Für die Ausstellung reflektierten Künstlerinnen aus München und Rieger in aufgeteilten Gruppen über die geografische Entfernung hinweg. Das Internet hat schon lange die Kommunikationsmöglichkeiten verändert und eröffnet damit auch neue Kooperationsmöglichkeiten. Ideen werden über Skype ausgetauscht, Skizzen und Gedanken werden über E-Mails verschickt. In aktuellen Zeiten von Covid-19, in denen das öffentliche Leben sich verändert und stillsteht, bekommt die Ausstellung eine ungeahnte Notwendigkeit. Wenngleich wir auch sagen müssen, dass wir es nicht ganz wirklich so geplant haben und viel lieber mit Ihnen persönlich in den Diskurs getreten sind. Aber die wirtschaftlichen Folgen, die für Kunst und Kultur nun stärker in den Vordergrund stehen, sind Teil dieser Ausstellung. Wir möchten deshalb umso mehr eine Brücke zu Ihnen bauen und das Gespräch suchen. Wir brauchen ein kollektives Nachdenken. Wir brauchen gemeinsame Strukturen. Wir benötigen ein gesundes Ökosystem. Die Ausstellung ist in Kooperation mit der Institution Plattform entstanden, aber auch mit der Institution GEDOC. Die 1926 in Hamburg von der deutschen Jüdin Ida Demel als Gemeinschaft deutscher und österreichischer Künstlerinnenvereine aller Kunstgattungen gegründet, wurde und bis heute das älteste und europaweit größte Netzwerk für Künstlerinnen aller Kunstgattungen darstellt. 2020 begeht die GEDOC den 150. Geburtstag seiner Gründerin, der damals die Gleichstellung von Frauen in den Künsten ein Anliegen gewesen ist und dieses Anliegen hat sich bis heute nicht verändert und ist maßgebliche Arbeit der GEDOC und steht auch noch heute, auch 2020, maßgeblich im künstlerischen Diskurs.